Hey, was geht ab Leute? Ich teste alle Bangme in München auf der Suche nach dem Zweitbesten, denn die Nummer 1 steht. Auch wenn mir manche Leute irgendwelche Bangme empfehlen. Nein, nur Nummer 2 ist so offen. Ich wollte eigentlich einen anderen Laden abchecken, aber richtige Alpha, brandneu. So wie die Mine Alpha Coins findet, findet die Mine auch Alpha auf Foodspots. Aber so neu, die haben noch ein Premium Missio offen. Deswegen hier die Straße runter Bangme testen. Schauen wir doch mal. Also wenn, dann eh hier Bangme und hier sowas esse ich in der Regel nicht bei Vietnamesen. Nicht, dass es schlecht nicht gut ist, aber das ist halt nicht authentisch. So, ein frischer Eis-Tee wegen dem Wetter, ihr wisst. Und was darf nicht fehlen, Leute? Ihr kennt mich. So, danke. Super. Und hier. Ohne ein bisschen. Ah, okay. Ohne ein bisschen. Danke. Okay, Leute. Fail. Auf der Karte standen Bangme, aber es gibt irgendwie so einen Eintopf mit Brot an der Seite. Und es ist kein Bangme, das ist französisches Baguette, deutsches Brot. Aber hey, kann vielleicht so einen Eintopf zu schmecken. Wenn ihr bei irgendeinem Vietnamesen seid, okay, das geht gar nicht, wenn die Frühlingsrolle halbiert ist. Weil dann sieht es noch mehr aus, aber es ist einfach nur eine. Crazy. Das ist genau so viel kostet wie früher im Döner. Ich kann es nicht. Fünf, sechs Euro, sieben Euro. Ich werde das verdanken. Und das ist eine Rolle gekostet. Also wenn meine Mom zu Hause Frühlingswolle macht, pressen wir manchmal 20 ein. Ja, ob sie sagen, was 10 bis 15. Powerball tot. Eis schmeckt gut. Steck hier interessant. Hans ist gut, aber der Preis ist krank für eine Frühlingsrolle. Für Vorspeise. Was ich stark finde, ist relativ viel Fleisch für eine kleine Vorspeise. Normalerweise bei Vorspeisen geizen die mit dem Fleisch. Kann was. Kann was. Das ist ein bisschen viel, weil ich hatte nicht mit dieser Art von Bremi gerechnet. Nicht schlecht, das ist echt schlaft, das Fleisch ist super, klingt komisch für euch, aber das zum Frühstück, sehr schlaft. Jetzt mal kurz hier hin, das kommt hier hin, das kommt wieder hier drauf, das kommt zur Seite. Erstmal umrühren und dann Eis rein tun, Leute. Finished. Ich hab's ja da, weil ich hab's ja jetzt gefriert aufgelegt, voll auf. Jetzt empfangen die Werkstatt. Das hier ist so warm. Frühlingsrolle übrigens 5,50. Trotzdem viel. Bisher aber sehr solide hier. Problem ist, der hat starke Konkurrenz. Wir waren letztens beim wahrscheinlich besten Vietnamesen. Super authentisch. Der hat mich umgehauen. Also, dass der, wäre halt jetzt, wird schwer für ihn da ranzukommen, aber an sich sieht es sehr gut aus. Ist okay, kann man essen. Aber im Vergleich, mein Gott. Im Vergleich ist Yamcha gegen Jiren. Yamcha gegen Birgus. Yamcha allein. Er ist nicht schwach, er ist einer der schlechtesten Menschen. Ja. Ich mein, ich werd's aufwassen natürlich. Aber ist halt nicht mein Ding. Das hier. So ist das, Leute. Als Foodblogger. Du kriegst nicht immer auch das, was du willst. Wir sind auf der Suche nach dem besten Bangli. Aber an sich ist es sehr solider Laden. Frühlingsrolle gut. Wenn du halt weißt, aus was einer Frühlingsrolle besteht und den Aufwand dahinter, dann zahlst du das, was ich eigentlich ungern dafür. Dasselbe geht für Sommergold. Frühling war stark. Die kann ich echt empfehlen. Das hat Geschmacksfläche. Die ist unter dem, ist mein Gott. Die sind immer noch nicht. Da ist immer noch nicht. Ich glaube, es wäre daskin. Die ist nicht, aber wenn die Leute nicht sagen. Ich denke, es sich mit einem dieses W Kleinen an er aufwassen. also was ich nicht mag ist, es ist zu suppig. so wie ich es kenne, ist eher wie einkaufen. dann ist es auch viel geiler mit dem brot. also es fehlt. in dem fall würde mir reis fehlen. reis oder reis badnudeln. es schmeckt. gutes wetter. gute mittagspause. also pause. ich mache ja vor nichts pause. oder von der mine mache ich pause. what? ich bin gerade in der mine. fußbloggerzeug gehört auch zur mine. könnte zarter sein. ich hatte es letztes erst zarter, aber ist zart genug. wir sind finnisch, leute. sieht nach viel aus, weil ich zwei tische gebraucht habe, aber ist gar nicht so viel. zwei getränke. okay, das sehe ich nicht mal als vorspeise, man. das ist mit einem atemzug weg. eine vorspeise, eine hauptspeise. filler episode. side-arc, leute. bubble tea. nach irgendeinem video, was ihr gerade gesehen habt. wir sind bei kiosk nono. kiosk nono. der bestbewerteste bubble tea in münchen. ihr kennt den, ich war schon oft hier. eigentlich nehme ich immer eismokka kaffee, leute. oder karamell kaffee. oder kokos kaffee. irgendwas mit kaffee, aber ihr wisst, für die bubble tea, muss ich den spanier nehmen. der ist auch gut, den findet ihr auch selten. minzmilchtee. das ist der nono. was schaust du? das macht meine waffe. das, natürlich. milk tea. kumquat irgendwas. da steht eh drauf, kumquat zitrone. die expertin meinte, gut. aber nicht number one. den hatte ich noch nie. kumquat zitrone. ihr wisst, ich trinke keine fruchtigen. erstmal nur den tee. ja man schmeckt kumquat. fresh. alles gut. ich mag es ein bisschen süßer, aber ist Geschmackssache. man sieht auch den kumquat. man sieht auch den kumquat. wow. ich mag es süßer. ich auch. alles gut. das logo, guys. look at this logo. schwarzer milchtee. plus tapioca schwarz. nur milch. der ist gut gesüßt. der ist stark. tapioca haben noch einen leichten biss. ich mag es. ich mag es. ich bin so ein fan von gesüßtem tapioca. das gibt noch mal so ein bisschen extra kick. die sind es nicht. aber der tee ist stark. der tee hat perfekte süße. gute teemilch ratio. der ist stark. stabil. eckwaffels haben wir auch, Leute. ich bin mal gespannt. ich hatte noch nie ein eckwaffel. wird er platzen, wenn ich reinbeiße. und mein shirt versauen. wie immer. nein. schön warm. ein netter bonus. ich wollte bangmi. ich habe irgendeinen eintopf. mit baguette. das ist nicht mal bangmi. aber. das ist der start. einer neuen reihe. und zwar. ich teste. suche. vietnamesische spezialitäten. mon dac biert. heißt es auf vietnamesisch. wir reden jetzt von. ja nicht so den typischen. asiatischen sachen so. irgendwelche nudeln. und reissachen. sondern. wirklich spezialitäten. und nicht mal vor. vorher hat sich schon so etabliert. das zähle ich nicht mal dazu. danach noch ein bubble tea. ihr wisst bescheid. die reise. meine odyssee. alle bubble tea. in münchen zu testen. neigt sich langsam dem ende. ob wir. dieses jahr das noch schaffen. fragwürdig. es sind noch ein paar offen. aber ihr wisst bescheid. wenn wir liken. subscribe. kommentieren. checkt die wie gesagt. auf instagram. tiktok. und tschau.